Musik 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 Aber jetzt ist eh vorbei Hahahaha Boah Ich hätte gerade einfach ein 200er Ping wenn mir das ausgesehen hat, ob ich durch die Wand laufe Ohhhhh Ich liebe das, etwas regnet total Regnet? Ja, das ist doch super Ich kann nicht so tot gar nicht schlafen Emo Ja bitte Das erste was du gleich machst, du machst einen Auto-Attack auf ein gegnerisches Minion, am besten Melee Minion guckst wie viel Schaden du machst Okay Und guckst ungefähr wie viel von dem Balken weg ist und daran kannst du dich orientieren Okay So mach ich das immer Ich hab Auto-Attack übrigens aus, ne? Ja, ja, das ist okay Okay Du musst dich eh den größten Teil immer auf die Wand konzentrieren Ich muss dich auch noch ausmachen Ich hatte die ja Top-Lane Oh ja, ich hab's gerade gemerkt Ich hab gerade Steine hin zu sich bekommen Hallo Hallo Marie Hallo Marie Hallo Marie Hallo Marie Also du machst einen Auto-Attack auf DNA? Boah Du hast ja gerade Zeit für Schadenmaske gemacht Ab Ja das mach ich auch noch Ja Was? Tio Auto-Attack Jetzt wieder ein Auto-Attack Was macht ihr gerade noch? Und was macht ihr gerade noch? Spiel! Wärts um? Oh Ich will mal Laust-Titten zeigen Ja, jemand übt Laust-Titten Was super Was? Welche Lanes spielst du sonst immer? Ja No Achso Ich kippe immer noch so, dass kein Lass hinten darf 80 True Damage ist klar Die sind ein bisschen aggressiver als wir Ist ein bisschen doof Besonders die waren halt schon Level 2 Ja das Mann, immer aggressiv Ich hasse die Sun-Support Wie die fisst Oh Gott, du bist tot Na ja, Glück ab Mach ne Q Oh nein So lange du zwischen Minions stehst, brauchst du dir deine Sorgen Q aufheben Soll ich, soll ich kommen? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme Die wurde halt exaktiert Ich bin so ein Lappen, Alter Ach Lappen-Time Marie Ich hab auch gesagt Dankeschön Bum Naja, immerhin Er hat Lappen-Time gesagt Lappen-Time Weil ich hätte schon wieder ein Double-Kill bekommen auf der Top-Lane Oh Unfair Wenn ich jetzt, guck mal, ich bin jetzt back und hab 643 Gold Was mach ich jetzt? Kaufe ich mir jetzt? So, du holst ja als allererstes die Träne Ich würde an deiner Stelle Ich persönlich würde jetzt Dorans verkaufen, Träne kaufen, Pots Ja? Würde ich machen Naja Ich würde es Dorans nicht verkaufen Nein Wenn es geht, die Träne so holen Geht ja nicht, hat er nicht genug für Nein, dann würde ich aber, ich würde Dorans nicht verkaufen, dann verlierst du deinen Lifesteal Ja, dann nehme ich doch Pots und den Kristall oder nicht? Naja, ich würde mir das kleine und den Kristall holen Ja, so ist es auch okay Dann bin ich ein bisschen mobiler Ja, weil, wenn du Dorans verkaufst, hast du halt gar keine Hastie mehr Immer wenn Marie in einem Channel kommt, bin ich so nervös, krieg ich richtig Schweiß nachher in der Ferne Ja, okay Hey, das war ein... Also, Marie... Soll ich sagen, warum ich fliegen kann? Dann mach dir mal ein kleines Kompliment Leute, das war Spaß Marie, guck mal, wenn du hier bist, dann können wir gar nicht mehr alle denken, weil du eine Frau bist Und wir sind dann so... Oh, ich wird schon wieder gegankt Anstatt, anstatt, so zu sagen, nach dem Motto, so teuer bis nein, weil du eine Frau bist Ja, ja, ja Du bist wie die meisten ADC, wo du haust Sturm drauf Oh, ich bin der Top, mein Gott Solltest du nicht tun Sicher? Ich kann dich mit deinen Alkomb rumbringen Nooo Hilf Ich komme Nooo, hilp, hilp, hilp Was bin ich? Kann mit Null, warte, warte, warte Du bist wie die meisten ADCs, du haust eine Sturm auf die Minutes Höh, 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 höh Höh, 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 höh Also du machst Auto-Attick nach Auto-Attick Du darfst... Versuch nur den letzten Auto-Attick zu machen Genau Lass die von selber runterkommen Genau Lass die von selber runterkommen Du musst halt auch so ein Gefühl Ey Marie, du musst in deinem Spiel zu gucken Jetzt Du musst... Du musst... Du musst... Du musst... Du musst... Marie kann auch einfach mal... Bleib in hier, bleib in hier Nur wegen mir, ich hab grad schon wieder die Top-Land und die Jungle-Double-Killed Ich finde es unglaublich, dass ich gegen den N noch kein einzigen Gott gebraucht hab Ja, einmal... Schau wieder rausgestumpft, doch Einmal, wo es die Exe-Queue wird Aber da schon, da sind wir bei dir Aufhören Yes Queue Der wagt sich nicht Attacke Jetzt muss das jetzt unsere Ansagen Nein Schau wieder Siehst du, wenn ich nix sag Du bist der Kennen noch da oder ist der Bein? Du bist der Kennen noch da oder ist der Bein? Da fehlt Frage Gibt ja eigentlich keinen geileren Champion Er hat wahrscheinlich Truffler geworden Warte, ich komme Warte, ich komme Ich glaube, er hat mich gesehen Nein, ich kriege den Autotech Du bist der scheiß Tor Ja, du hättest ja nicht reinspringen dürfen Na, ich dachte, du triffst ihn, aber er hat geflasht Warte, nichts machen Was soll das blöde sein? Flaschen Wollte ihn eigentlich auch nicht diven Ja, ich wollte ihn nur... Ja, der Flash war das Problem Ja, weil ich auch nicht koch Autotech Was gab's? Habe ich doch, so gut ging Ja, weil... Nicht Autotech Nein Äh, voll Jetzt Ja, nee Kannst du jetzt mal aufhören? Ja, räumst du so aus, ich räum dann die ein Ja Ich muss eh noch was drunter nehmen Hör auf, die ganze Zeit anzugreifen Ja Moment Bitte Warte 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 Pusht mal rein, wir machen Drake Ich höre, ich mach Hard Push Top Jo Äh, wir sollen rein pushen Ich helf dir Mein Makel Was hast du denn... daran verdorben? Weiß nicht Ich dachte, du hättest gekocht, da kannst du wunderbar schmecken Jo Hab mir Jo Das hat damit ja nichts zu tun, das hat ja äh... was mit vorher zu tun, also... Wer kommt hier? 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 Ich hab Exhaust ab, wenn du ein Wort hast, Demo, hier Na, hab ich leider nicht Okay Ah, ich komm nicht dran Ähm... Du hör ich, Berlin Hehehe Er ist der Größte, Remo Aber leider, das muss ich nicht vorerst auch immer Vorher auch viel Spaß Die kommt Okay, gut Komm, komm, komm Willst du... Willst du... Ich hab in 30 Sekunden TP Ich hab in 30 Sekunden TP Nene, ich will nicht Wir nehmen die Wave jetzt noch, die kommt Und dann... gehen wir weg Auf der Block Woah Ooh Jo Wohin? Wo ist das Ding? Du versuchst hier schon wieder nirg, nach Sitz rein? Okay, jetzt überfordern wir ihn mal. Jetzt! So, Q, also wenn du, wenn's nicht klappt, musst du halt... Da, 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 da! Ja, das hab ich grad auch gesehen, so... Oh mein Gott! Du wolltest Hilfe! Ich hab die Träne, und jetzt? Bauer ich, Eisboxen? Ähm, äh, Geen Gauntlet. Ja, also Geen, dein Gauntlet. Huiiii! Hast du das auf Deutsch oder auf Englisch? Äh, Deutsch. Was bauen wir? Attack Speed, oder die äh... Einfach die geile Fist-Anne. Eis-geborenen Handschuhe. Ja, ja, das weiß ich schon, den kenn ich. Und CDR-Boots. Achtung, mein Lektop! Pass auf! Neck, komm von hinten! Ja, ich weiß nicht. Lass dich executen, oder TP dich weg! Lieg keine Ulti, Vayne keine Ulti, Ken keine Ulti, und... Lieg keinen Flash. Wie sich... Bot ist miss. Der Bot ist jetzt grade mit lanend. Ähm, SS-Bot. Na, 3-Ulch-Wander. Ist SS-Bot jetzt grad. 3 Ultis. Kannst du mir aufm Weg nach unten zugucken, wie ich lastete? Nein! Ich will das dann nicht sehen. Halt zu fort. Huuuui! Kriegst du den noch? Wenn du von der Lane kommst, und du siehst einen Minion-Low, versuch einfach mal in der EQ zu machen, um den noch zu kriegen. Ist halt so ne Sache. Autotec. Autotec. In Autotec. Oder so. Nein, du hättest, du hättest anders machen müssen. Boah. Nein, 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 ich hab grad hier geguckt und den Call von Daniel. Autotec. Du hättest Autotec-Q machen müssen, dann hätt er beide bekommen. Genau, einfach die Minion-Low, ich mach den West. Nein! 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 Und immer schnell hinter mir ins Brennen. Jetzt schnell wieder los. Ich kann einfach gar nichts machen. Ja. Warte mal, ich kann mit Lane kommen, wenn du sie so lange hältst. Ja? Das heißt nicht, dass du aller Nachbar da rein gehst. Fahrgast. Warte mal, ich bin mir. Wollten wir mit. Oh, das sieht so aus. Du wurdest ignited. Huiiiiiii. Nein! Die machen echt gut Schaden, ey. Siehst du, hab ich den erstes bekommen. Okay, der Lee geht wahrscheinlich auf Black Cleaver. War das der Lee der Ainsley? Nein, aber der geht auf Black Cleaver. Halia holt. Holy cool, Mann. Das ist eine ekligere Damage-Combo von den beiden. Leider. Ja, aber ihr habt eigentlich auch eine ekligere Damage-Combo. Ja, aber die haben die besseren Engage, ne? Das stimmt. Wir haben nur einen Stun. Die haben halt Lee-Kick. Lee kann besser tanken. Das ist so die Sache. Ja. Ja, das Problem ist, ihr habt halt nicht mehr den Ein-Mann-Fokus, sondern ihr müsst eigentlich gleichzeitig zwei fokussen. Ja. Das war euer Problem. Und das ist teilweise Glückssache mit meiner Ult. Also Lee ist doch übers Late, ist er das scheiße, oder nicht? Jo. Zu spät. Ja, wir können ja gleich mal. Ich will nicht gleich. Pass auf, Top-Lane. Achso, der ist schon wieder hier. Ich könnte ja eigentlich wieder zwei gegen einen. Ja, ich werde den unten ein bisschen weiter nehmen. Werden die ZZ? Ja, komm, aller WN gibt's ja rein. Ein Flash, ne? Top-Lane hat auch keine, zumindest. Na, ich hab von 3-Bus, du bist durchdringend, ne? 20 Minuten, also mach ich dementsprechend damage. Ich weiß nicht, ob wir Boten in irgendwas starten können, ich komm jetzt von hinten. Aber irgendwie, lass die mal ein bisschen reinfuschen. Demo, ich glaub, die haben ein bisschen auf dich, das hat's auch besser. Also hier haben sie einen Try-Bush, haben sie auf jeden Fall im Wort. Ich glaub, die wissen, wie das du da bist. Äh, ich geh mal wieder weg. Ja, mach, mach. Ich muss aufwecken. Na, ich gebe den Gegner schon, halt. So, schön warten. Schön farben die Leinen von denen. Jetzt kannst du Auto-Checken. Genau. Oder Q. Auto-Checken. Willst du? Okay. Hier unten. Schaffst du ihn? Hallo, der Technik. Nee, ist auf dem Weg. Komm, ich komm, ich komm. Willst du? Willst du? Ich hab... Ich bin auf dem Weg, Matthias. Ich hatte halt kein Bild, außer mein Problem. Also ich hab Hass ihn, aber... Lauf, lauf. Lauf einfach weg. Ich hab keinen IQ. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Ihr wisst halt, wenn beide kommen, nicht einer. Ist halt. Na, mein Problem war, ich hatte keinen Weg. Hm? Nimm die Wave. Ja, hätt ich keinen Weg gehabt, wär ich einfach über die Mauer da abgekommen. Nee, nee, nee. Ich mein, dein Problem, das würde... Also wenn, wenn... Also ich hab jetzt auch gedacht, dass die Botlin komplett geschlossen kommen. Und nicht nur... Daniel. Ich wusste gar nicht, dass Daniel weggeht. Ich hab da irgendwie Brain-Lag. Du darfst ihn fahren mit halb mal. Ich hab's halt gesehen, dass ihr da gefeiert habt. Und als Lee losgegangen ist, bin ich halt hinterher. Naja. Ja. Aber was macht ihr eigentlich bei denen im Jungle? Ja, der war Top-Side. Der war Top-Side und ich war eigentlich ein Free-Red. Der steht 0-4, what the fuck. Ja. Und... Ich hab halt den... Die sind halt von beiden Seiten gekommen. Äh, wahrscheinlich eine Mastery mit Zack gewollt. Äh, was hab ich denn drin? Bress? Bress. Ist ja eigentlich nicht richtig so, ne? Willst du den auf... Meinst du auf Thunderlord, oder was? Nein. Auf... Das Stack... Guck mal, Alter. Der, der, der Ding ist. Auf was? Das, was stackt. Das mittlere auf dem rechten Baum. Normalerweise. Nein, die Mitte kommt zu mir, oder? Ich hab ja irgendwas ausgedrückt. Äh, jetzt ist der Track. Du hast Hochzeit. Ich hab schon wieder Bot und Jungle... Äh, Top und Jungle gedappelt, äh. Ja, Alter, den kann man nicht als Spieler zählen, das machen. Ey, ist ja so... Okay. Das ist so 0815, der Kerl. Du hast es auch gesehen, was ich mit dem gemacht hab, als äh... In dem Top Reaver, ne? Autodeck. Darauf erst mal in Yomus. Ja, ich hab mir was noch. Auf mal in Yomus. Juhu... Bring ich mir erst mal in die zweite Ultime. Ups. Du wolltest, dass ich auf Strange of Ages gehe? Auf das mittlere im rechten Baum. Oder was? Äh, ja. Normalerweise, ja. Mit der X zumindest. Du musst. Ja, es ist einfach nur eine Jungle-Tank-Rune im Mastery. Äh... Obwohl... Im Jungle nützt dir deine Mastery in die Jahre gerade gar nix, ne? Eben. Deshalb... Muss ich mal kurz auf die Top-Line spazieren. Im Jungle zur Not immer Strength of the Ages. Da muss ich es gleich mal ändern. Ich hatte auch lustigerweise letztens... Auf... Aufs Qualmein schleppst Underlords das... Äh... Stormbreaker drin. Also... Kann auch sein, dass hier wieder irgendwas durcheinander gebracht hat, ey. Da ist Rito. Loll! Äh... Da ist eine Taliya. Ah, ich will die Minions haben. Die Minions sind mehr wert. Hat der gewordet? Weißt du das? Äh... Ja, bestimmt gerade. Cannon kommt von unten. Ich... Wenn du drinstehen bleibst... Wenn du drinstehen bleibst... Wenn du drinstehen bleibst, kannst du dir da was machen. Weil hier ist kein Ward drin. Warte? Ja. Nein. Kein theoretisch wäre es glaube ich klüger gewesen. Hätten was andersrum gemacht, dass ich dir das einmal richtig zeig... Lass dir das ja ein Fader mitnehmen. Komm lass sie... Wir haben... Wir haben so viel Damage. Ja, ich wäre halt am Ken... Dass du... Bisschen drauf achtest, wie ich das mache. Wir haben... Glauben alle... Alle Blatt machen. Wir gehen. Wir gehen. Machst du noch ne Q hin? Block mal, block mal, block mal. Nice. Na, bin hier hin. Oh, da war doch... War doch schon wieder ein Locker. Du darfst wieder mal beim Zurückgehen... Blasteten nebenbei. Wenn's möglich ist. Sollen wir Tower holen? Ja, ne? Wäre auch ne Tower Team Geld. Das schafft ihr, oder? Schöne schaffen wir das. Danach können wir auf Harald gehen. Bin hier noch gut. Ich hab nicht genug... Kleben. Doch, aber ich... Ich kann's tanken. Okay, dann auf geht's. Also ich muss das... Ich hab... Passiv hab ich nicht. Ja, schau. Ja, da war... Guck da. Na war. Ich will's doch tanken. Oh, ich heil mich aber gut an dem Fall, ja. Mhm. Wir halten uns schon, dass das nicht gut ist. Wer enttutzt denn das? Ah, den gibt's aber sehr viel. Wir sind ja, oder? Gute halt. Mark hat's das genommen. Oh, und nehm ich, ja. Danter, ich hab mich einfach noch nicht weggelegt. Das war... Der Fehler von dem Harald war. Oh, das mit Vayne, Ken und Lee, das... Das müssen wir irgendwie ändern. Gehen zu gut. Ja, nächstes Mal wenn ich tippe, tippe ich wieder runter. Ja, das Problem ist halt, die Dive haben uns jetzt mittlerweile. Dann komm ich auch erst da runter. Ja, die haben uns mit Full Life gedivelt. Okay. Ja, aber guck mal, jetzt hab ich 1. Gondelet und Boots und jetzt geht das nicht mehr so einfach. Ja, gut, halten können wir uns immer noch. So, die Dinge, die macht schon nicht mal mehr eine Reaktion. Die bleibt da verstehen. Ich hab's noch aufgegeben. Haben wir den Drag? Ach, guck mal, da war ein Renekton. Hi, Renekton. Oh. Okay. Also, wenn wir bloß nur reinnehmen, halt den Drag, weil der E-Free ist. Achtung, wen kommt, wen kommt. Oh, spring, spring, spring. Ich komme, ich komme. Ah, jetzt hatte der Match. Und der hier. Oh, so close. Okay. Wie viel Leben hast du auf Half-Life? Die werden dich gleich diven. Ich stelle dich jetzt hier rein und jump mit der E rein. Cannon, 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 ich komme. Ja? Ich komme, sehr. Schade. Wollte schon weiter baiten. Okay, E. Solltest du schon in Range sein haben? Kommt her. Rudi! Oh Gott. Wir wollen alles töten. Ich block. Darfst du? Jo. Okay, gut. Gut, gut. Ich lauf. Und Thias, was sagst du? Ich höre mir durch bei dir. Ja, ja. Du musst das machen. Ich bin auch auf dem Weg. Das ist, glaube ich, eins von der Schade der Strandgames. Oh mein Gott, nein! Die hat weggefragt. Ja, es ist halt... Du bist halt... Sobald du als zwei Ziele hast... Du hättest auch zum Beispiel gegen die Zyra allein, hättest du auch mega Probleme gehabt. Sobald du zwei Ziele hast... Nee, die Zyra, an der mach ich wenigstens Schaden. Du machst an denen nicht Schaden. An dem... Ja, also... Lee hat halt zu viel Leben, um... Na? Ach so, ja, oh ja. Das hat die Zyra nicht. Ja, okay. Ach, 800 Gold. Ja, wir sind Speedy. Nice, geiler Cloud-Rank. Willst du einen Blue haben? Oder... Nee, brauchst nicht. Nee, ich bin zu oft tot. Bin zu oft gelt. Obwohl... Warte... Blue... Hilft auch mir. Okay, geil, ne? Ja. Brauchst du denn? Ja... Und dann kommt auch. 10 Sekunden TP. Ihr könnt sie vielleicht... Ja, 70% mehr Ranks. Alles klar. Könnt ihr euch gleich Tower Diven. Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich wär halt auch da, aber ich hab halt... Obwohl... Ich hab passive. Okay, ich bin dabei. Die Tower Diven uns bestimmt. Und... Ja, hoffen wir mal. Dann wird die... Ihr müsst anzeigen, wenn ihr einen TP braucht, ja? Weil ich farm kurz hier nicht. Weil... Weil ihr seid jetzt auch zu viert unten. Get! Get! What the fuck? Okay. Ich hab passive. Okay, ich hab passive raus. Ich schütze mich hier noch. Easy. Bist du? Ja. Ja. Hat keiner gestorben, ne? Aber... Ili mich einfach... In dem Moment, wo ich auf Vayne gejumped bin... Irgendwie weggeschaut. Ja, mir auch. Genau gegen... Ili gekickt. Und dann hat Vayne mich nochmal gekickt. Auto attack. Ich hab's nicht gedacht, bevor ich ulken konnte. Ich mach schnell dir ein Wort. Oh oh. Darfst du? Push einfach. Push zur Notaufnahme. Ne, du hast ja nicht. Versucht mal... Bot Tower. Danke, Talia. Ich hab mich gerettet gerade. War aber nett. Äh... Set, 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 set. Komm, komm, komm. Wir machen Bot Tower. Push. Okay. Komm, lauf, 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 lauf. Gut. Ja, alter, alter, wie viele Flash. Drei Flash draußen. Die haben alle nichts mehr. Mark, renn. Pfff. Schon muss man. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg. Ich weiß nicht, wenn man das so gut ist. Lieber Mana. Wie heißt das? Maramune. Was brauchen wir jetzt? Als nächstes Freunden? Nach dem Mana Mune würde ich mal Lifesteal kaufen. Essence Rebar. Essence Rebar? Der geht einfach nur Lifesteal, oder? Nein, 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 nein. Die Arbeit ist, Langzeit kannst du behalten. Langzeit brauchst du viel Lifesteal. Äh, Blade of the Ryan King. Ja, Langzeit. Hier ist auch ein Blade, genau. King ist das Geschirrste. So, Sol, das Ding jetzt macht keinen Sinn, weil das... Ja, macht... Ist ja extra für Mana da eigentlich, damit du... Und du hast ja schon mal eine Mune... Oh, Daniel! Verbrannt der! Direkt, oder? Nee, Sonja, gib ihm. Oh, der Timing. Alter, da kommen ganz viele von unten. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin nicht umsonst fast Platin. Ich nehm Pop. Ich bin nicht umsonst selber. Weil ich jetzt nicht reinkomme. Ach, fuck, doch. Wow. Das hat damage. Ich hab mir einen übergroßen Stab gekauft, was? Okay, lass den mitmachen. Und... Mit einem Minion, auf geht's. Und Abbrauch. Oder? Okay. Gut, knapp. Nee. Weg, 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 weg. Ah, doch. Ich kann zwar jetzt wieder weg, aber... Ich geh wieder, top. Hat sich gelohnt für'n Tower, ne? Dann gucken wir jetzt. Nee, kannst du nicht wieder, Gott. Wir gehen jetzt grad alle back. Oh, okay. Ich wollt' das eh jetzt auch. Du kannst ein bisschen im Jungle farm, wenn du nicht weggehen willst. Na, ich nehm' nur die Wölfe. Wie viel Geld hast'n Römer? Äh, 67. Wir farm. Hm, warte, dann müssen wir hier... Nee, reicht noch nicht. Er hat schon amjährigen Zepth, aber wenn er farben ist, dass er sich das Bild weiterkommt. Inferno. Ja, Goldton hat er ja auch schon das nächste Item davon. Nächste Drag ist ein Inferno. Den hätt' ich gern. Ich auch. Hätt' ich auch gern. Nee, du willst... Du kriegst ja nicht. Ich kriegst ja nicht. Irgendwie voll den Scheiß-Ping, ey. Ah. Du hast geflasht, nee. Nee, Goldton. Jack willst du eine Top-Wave abfahren? Hm, wieso? Wenn die gleich kommt, dann haben wir auf jeden Fall immer einen Push. Renek ist da. Renek ist da drüben. Wie lange braucht's noch zum Jack, aber eigentlich muss ich... Ja, schaff' ich noch. Mach doch einfach einen Slow-Push da raus. Dann müssen die sich hier um einen drum kümmern. Remo, holst du den Bot? Jo, bin auf dem Weg. Ich hab grad Ovi, Ovi und Lack. Wir holen uns ja die Zabe. Ich camp' ja mal, ich camp' ja mal, ich camp' ja mal. Mann, hilfst du mich bei der Krabber? Aber mehr kann ich nicht machen, ich muss... Ich komm' zu euch. Ja, ja, jetzt komm' runter, jetzt komm' runter. Okay, die haben gerade hinter mir hochgefordert, gerade. Jo, wollte ich nicht. Ja, die wollen... also theoretisch kennt man ja... Ja, kennt man, kennt man. Hint auch auf. Wir wissen halt, nee, da haben sie keinen Division. Da, wo du grad drin musst, Marc. Sag ich, jetzt hätten wir... Damage... ...mehr Damage möglich, wenn ich vielleicht sogar Baron machen könnte. Oh, Leute. Okay, 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 ich komm'n... Aber ich komm' scheiße. Oh, moin, moin. Wurde von Krennen komplett ausgefangen. Wollt ihr? Okay, ich geh' rein, ich geh' rein. Okay, ich geh' rein. Easy. Oh, E-Pash! Auf den jetzt, auf wen? Hab sie. Drei Sekunden, bis ich slowen kann. Drei, zwei, eins. Der hat geflasht, der hat geflasht. Ja, der Slow kommt hinterher. Den kriegen wir. Und Drake, Drake, Drake. Nein, Mitte erstmal. Ja, okay, Mitte, 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 Mitte. Okay, Drake. Dann mal schon. Mitte, dann Drake. Ich würd' mal sagen... Fünf für mich. Ah, ich liebe es einfach... ...Lehmo, Mitte Tower, dann Drake. Ach so. Nicht nur die Minions. Wurde Mitte gesagt. Ja. Wir können sogar noch... Nee. Nee, jetzt nehmen sie weg. Ja, ich kann... Jake nehmen und dann weg. Ich bin halt nicht da, aber ich schaff das. Jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt würd' ich den Blue-Buff sogar nehmen als Brand. Jetzt steh' ich wieder, okay. Jetzt bist du Brand halt. Ja, ich brauch' ihn halt nicht. Jetzt kann ich wieder... Ich hab' halt gar nichts. Fümmer-Spam. Wir könnten jetzt sogar auf... Äh, ne. Ich weiß nicht, so wie die Minions pushen, können wir auf Baron gehen. Weil die müssen eigentlich deffen, weil sonst verlieren sie halt diesen Power. Das schnell machen. Wollte ich mir gleich ne Fake 1 machen. Bitteschön, Seth. Ich wollte den natürlich nicht geben. Du hast dich verkackt. Nee, Baron Calls nur, wenn alle 5 dort sind, bitte. Oder wenn wir Bot-Lane-App haben. Oder wenn wir Bot-Lane-App nehmen. Also, ich glaub' ich bin langsam Stark. Tony Stark. Aria Stark. Oh, richtig Stark. Niemand Stark. Ich geh' wieder Top-Lane. Ich hab' 50 Sekunden TP. Ah, ich geh' Bot-Lane mit... Was willst du sagen? Wo ist'n da, Bot-Lane? 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 Na, Bot-Lane ist frischen halt. Guck mal, jetzt clear'n sie deinen Pink-Bot-Remo nach 30 Minuten. Ja. Richtig, das ist richtig. Bot-Lane ist weg. Bot-Lane ist weg. Danke, ich hab' echt... Aber ihr könnt' sie behalten. Äh, Lee wird' dich kicken. Oh Gott. Rehmo und Vayne. Lauf, 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 lauf. Komm, die Top-Lane, Remo. Wille? Okay, die beugen mich. Okay. Lauf. Remo? Ich hab' gerne ein paar Minions. Ich versuch's hier ein bisschen in der Mitte zu halten, aber die kommen jetzt alle zu dir. Ja. Mir? Ja. Top-Lane. Ah, cool. Dann kann ich auch Bot-Lane pushen, oder? Ja. Da ist schon die erste. Äh, Remo? Ach, du hast schon das Blue Trinket. Wenn du's abpasst, mach da eins rein. Mann, ich hab' wieder das falsche Jungle-Item. Sind's wieder zwei Leute Top-Lane? Hä? Was hast du denn wohl? Hier. Das mit dem Damage. Genau. Da haben wir nämlich Vision, wenn wir Richtung Drake wollen. Ja, aber ich nehm' eigentlich das Vision-Item. Weil, ja, Vision ist wichtiger. Also Vision ist ja nicht. Nein, Vision ist key. Damage ist besser als Schaden. Aber Damage ist manchmal schlechter als Vision. Ja, aber Slow ist besser als Vision. Komm, 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 komm. Oh, okay. Ui, okay. Ich dachte, ich krieg den Flasherbrettchen. Wer in Mitte? Wer in Mitte? Till, lauf zu mir doch zu und lauf zu mir. Komm, 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 komm. Wer steht das? Das ist doch sardiger Schaden, oder? Danke. Lauf zu mir, lauf zu mir. Wir können den Schauer machen, oder? Nein, nein, nein. Aber wir können aufhalten, solange Remo da pusht. Bottom Mitte, bottom Mitte. Bottom Mitte. Wir halten die auf. Remo pusht dann sofort. Ich kann mit TP wiederkommen. Warte, ich geh kurz besser mit TP wieder. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Einfach hier halten. Theoretisch können wir echt, ja, wie gesagt. Na, ich bin down. Sorry. Ich hab vergessen, dass er Ulfie hat. Guck mal, der macht da da, unser Säckinator. Und ich krieg keine Sist. Tau. Ja, lass mich tanken. Lass mich tanken, wenn ich schon am tanken bin. Ja, ich wollte sagen, wieso küsst du mich? Ja, egal, wir kriegen die Tower. Lol. Ich brauch nen Tower, ich brauch Geld. Komm, schnipp. Nein. Die hättest du doch kriegen müssen. Die verbrennt. Arter bekommen. Hol dir Bot Tower. Es kommt nicht. Ja. Ich weiß, ich nehme mit Tower. Ich krieg... Das ist die Chasen, Mark. Aber Matthias, du hast zu wenig minions gegen Bot. Tadea keine holt. Matthias, hast du ein Wort? Ich komm in 5 Sekunden zu dir. Ja. Warte, bis er stunn raus hat, den jetzt eh. Wenn er stunn raus hat, den jetzt eh. Wenn er stunn raus hat, den eh. Nächstes Item, Leute. Oder so. Was ist das? Hallo, hallo? Was hast du? Ähm... Oh Gott. Ich hab eh noch passiv. Ähm... Ja, ich hab mana... Ähm... Der kommt kennen, ne? Date of the room. Den kommt doch. Den kenn ich ja gar nicht. Ha! Also, ähm... Weiß ich nicht. Soll ich n... Ja, der dürfte kein Null da haben, ne? Also... Oh, ich... Oh, come on, please. Und Phil... Warum bin ich alleine? Ja. Ähm... Ach so, du hast dein... Hast du das Ding ins? Ja! Das hab ich nicht gesehen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich da rein will. Egal! Okay, das war grad dumm. Oh! Komplett vorbei! Ich kann ja nicht... Alter, was war das denn für'n Müll? Haha! Die Verplop, ey! Ja, aber... Wenn, geh ich halt auf Kennen. Wenn sie schon kennen? Ja, aber wir hätten halt... Das war kein Sinn... Hatte keinen Sinn von uns, was wir da waren. Unser Team war nicht da. Wir hätten... Wir hätten nichts pushen können. Gar nichts. Hm... Ja, wir haben Bot... Den hat Tower schon... Ja, der war schon... Samy und Feuer gefühlt. Egal, Ocean Drake kommt jetzt gleich ab. Den machen wir. Ja, also... Ocean Drake hilft richtig viel. Ja, nicht so gut wie die anderen. Ja, aber zwischen... Der ist meiner Meinung nach der Zweitwichtigste. Der Dritt. Dritt. Dein Drake ist der Beste. Danach kommst du den Ferne. Danke schon. Was bist du für den Stärksten? Stein. Nee... Doch, doch, das müssen wir so. Also, ich will sie mit dem Ferne. Ich muss gerne überlegen, wie viel du... Wie viel Damage du beim Baron einfach viel mehr machst. Mit dem Stein. Vergleich zum Ferne. Du machst mit einem Stein Drake... 22% mehr damage. Übrigens, wer will, kann ich jetzt den Du nehmen? Das ist... Ja, gib den, gib den Damage. Du brauchst safe oder was? Ne, ne. Leute, Mütter? Ja, ich komme, ich bin da. Okay. Dann komm ich. Ich bin ein großer, großer Panzer. Du, großer Panzer. Äh, Talia ist noch top, wir können sie fighten. Zed, kannst du rein? Zed, sie ist zed. Achso, ich dachte du wolltest auf Talia. Jetzt nicht. Jetzt ist es vorbei. Achso, achso! Ja, du hast gesagt Talia ist top, wir können sie fighten. Damit habe ich verstanden, dass sie auf Talia ist. Ja, ok. Sie kommt eh hier durch den Jungle. Was wir hier für eine Ganktruhe sind. Kriegst du sie? Oh, schade. Hat einer einen Wurf hier drüben? Nein, ich hab nix. Ich tank sie, ich tank sie. Ich tank sie, ich tank sie, ich tank sie. So wen ich krieg's. Wollt schon mal. Wofür tank ich den Scheiß? Äh, ich hab rein. Wuuuuh. Vergiss, ich hab auch das Item noch. Das ist seit neulich. Hä? Das ist erst aus, bevor meine Anti auslöst. Äh, Mitte, Mitte. Wir müssen Daniel helfen. Daniel, wieso? Wuuuuh. Ich hab vorher noch hinten gekillt und Lee fast. Hat sie. Sie die? Mit Tower. Bairing. Mach mal. Nein, nicht Bairing. Holte euch die zwei Inhibs. Holte euch die zwei Inhibs. Ja, und danach bin ich auch noch. Okay, ich mach, äh, Wotter Inhib. Mark und, äh. Oh Gott. Lee Sin ist bei Mark. Geht einer Mark halten. Mark hast du Ulti? Ne. Ich bin schnell genug. Unterschätzt. Ja, ok. Ja, unterschätzt mich. Ich geh nicht hin. Ich hab auch noch den Hero gehabt. Ne, zurückgehe ich. Ja, ne. Warum? Ich nehm ja mal den Gehter. Ist das ok? Oder willst denn du? Was? Anstatt dass ihr alle zusammen in Milit macht? Nö. Okay. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab gewusst, dass er da steht. Du hast aber Angst. Und wir haben immer noch nicht den Drake gemacht, ne? Nö. Wir haben immer noch nicht den hier. Haben doch. Du, äh, äh. Keine Ahnung, wie du noch kommst. Remo ist raus. Tänk. Remo, geh näher ran. Ja, ich bin. Noch näher. Direkt nebendran, ich denke. Ja, irgendwie war ich grad. Was hast du denn? Das ist das Item. Ich hab jetzt den BF gekauft. Was hast du? Nein, das macht keinen Sinn. Ja, BF nicht. Du holst dir, ähm, äh, Last Whisper. Du holst dir Last Whisper, also ähm. Letzter Atemzug. Letzter Atemzug darfst jetzt auch, du nur brauchst noch Dominik's geht. Ja, Lord Dominik's macht mehr. Ja, Lord Dominik's macht mehr. Wir haben keinen, der sich hochkriert. Nee, nee, eigentlich nicht. Wir haben keinen, der sich hochkriert. Lass mal den Bock in den Polen und dann dann machen. Die sind alle nicht wirklich tanky, deswegen. Die haben aber nicht mehr Leben als der, und keiner von denen heilt sich großartig hoch, außer die hat mehr Leben als der, die hat mehr Leben als der. Stimmt, stimmt, stimmt. Allein das geht noch nicht so schon. Ja, kauf dir Lord Dominik's und danach noch ein GA. Ja, was denn jetzt? Also BF verkaufen. Z, 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 ne, okay. Ja, BF verkaufen. Und jetzt was kaufen? Danke. Lord Dominik's. Genau. Mö, Marc? Ja, ich kam mit dir daher. Ich hab noch kein GA. Ich hab noch kein GA. Komm, 5 Sekunden wieder mit TP. Die wollen Barren machen, die wollen Barren machen. Die wollen Barren machen. Hm, wenn du Worte kommst. Die bist dann wieder rein warden. Komm schnell. I'm coming. Jawohl. Don't fight it. Ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich geh auf Vayne. Ich geh direkt auf Vayne. Nee, ich geh. Ding ist weg. Ich komm halt. Ich komm halt. Ich komm halt an gar kalt. Ich komm halt an gar kalt. Nee, nicht Barren, nicht mit dem Leben. Nee, nee. Nicht mit dem Leben. Ihr habt genug. Macht Barren. Nein. Oder botte nicht, botte nicht irgendwas. Just do it. Oder holt den Penta. Ich hab keine Passive rauslaufen. Du hättest einen Autotech weniger machen müssen. Ja, Mariechen. Oh, jetzt hab ich Leifung. Und jetzt was kann ich jetzt? Leute, ich hab schon wieder Full Leifung. Wer ist da? Wer ist da? Hallo, hallo. Jetzt noch ein Guardians Angel. Ich dachte, der Till? Ja. Kutz-Engel hat kein Schutzengel oder wie ich weiß, als heißt. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Du brauchst keinen Schutzringer. Du holst dir einfach ein normales Infinity Edge. Geht es dir gut? Ja klar! Wofür brauchst du? Nein, nein, das war in Ordnung, aber ich hab vorher einen BF getaucht. Achso. Hilf mir! Verstorbe sie! Tut ihnen weh! Sie ist tot. Ich hab ihn gestankt. Nein! Aua, Aua! Aua, 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 Aua. Der hat die Tiefe ist. Ohhhh. Ohhhh. Ich würd sagen, äh, Melder, Melder, ADP, äh, ADP, nein, von Franz? Echt. Echt cool. Coolio! Minions farmen, let's go! Immer dieser Greed. Wie viel Farmen hat Remo? 188. 189. 188, aber. Na? Ja, das geht sogar einigermaßen. Na? 37 Minuten. Oh, Remo! Ich hab die Scania gar nicht mehr wieder die Tryhard bekommen. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, Owen. Jungen. 1 2 1 1 2 Vielen Dank.